Ich habe gezielt nach einem HPLC-System für die Ausbildung gesucht. Dabei wurde mir Knauer von einem technischen Mitarbeiter der Uni Saarland empfohlen. Unsere Schule wurde vor zwei Jahren als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet, unter anderem aufgrund der vielen Erfolge bei den Wettbewerben Schüler experimentieren und Jugend forscht. Unsere Schüler nutzen die HPLC-Anlage sehr gerne, vor allem weil es für sie ein echtes Experiment darstellt, wie es auch in Forschung und Industrie angewendet wird. Ob jetzt im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Schüler experimentieren, Jugend forscht. Bisher waren wir immer auf analytische Methoden an der Universität des Saarlandes angewiesen. Das bedeutet für uns Betreuer und für die Schüler ein erhöhter Mehraufwand, was die Zeit, den Weg dorthin und auch die Organisation angeht. Deswegen sehen wir eine HPLC-Anlage hier vor Ort als gewinnbringend an. Wir sind als Schule auf die Firma Knauer zugegangen und haben gemeinsam mit der Firma Knauer überlegt, wie man das Projekt der HPLC-Anlage realisieren könnte. Die Firma Knauer selbst ist uns in vielfältiger Weise entgegengekommen und hat uns unterstützt. Wir hatten das Glück, dass wir hier vor Ort Sponsoren finden konnten. Einmal bei einer mittelständigen Firma, bei Dr. Schürfeld vom Bourbon-Zentrum in Saarlouis und vor allen Dingen beim Sponsorpool des Wettbewerbs Jugend forscht im Saarland. Überzeugt hat mich Knauer durch seine soziale Verantwortung in Wissenschaft und Forschung, insbesondere bei Schülern. Zum Beispiel durch das KEK-Programm, das ist der Kinder-Entdecker-Club in Berlin. Außerdem hat mich begeistert, dass Knauer ein Komplettpaket als Ausbildungssystem liefert. Das heißt, wir haben nicht nur die HPLC-Anlage, sondern auch einen Laptop, die Säule, weitere Applikationsvorschläge und zahlreiche Schulungsvideos erhalten. Die Bedienung des Geräts ist sehr einfach und intuitiv, sodass wir sehr schnell daran selbstständig arbeiten können. Auf der Suche nach einem geeigneten Projekt für Jugend forscht sind wir im Internet darauf gestoßen, dass Kartoffeln gegen Kopfschmerzen helfen können. Wir haben dann einige Versuche gemacht, um eben nachzuweisen, dass dieser helfende Stoff Salizilsäure wirklich enthalten ist, die aber leider alle missglückt sind aufgrund der geringen Konzentration in den Kartoffeln und versuchen deswegen jetzt diese Konzentration eben mit dem HPLC-Gerät nachzuweisen. Im ersten Schritt wollen wir die Standardlösungen der Salizilsäure nehmen und diese messen und schauen, nach welcher Zeit diese detektiert wird. Im zweiten Schritt wollen wir Proben der Kartoffel nehmen und diese mit dem HPLC-Gerät messen. Mit der Kundenbetreuung von Knauer bin ich sehr zufrieden. Die Mitarbeiter sind fachlich kompetent, immer ansprechbar und vor Ort, wenn ich Unterstützung brauche, zum Beispiel bei der Installation der HPLC-Anlage oder bei bestimmten Wartungsarbeiten. Die Schüler können kreativ sein, sie werden zu eigenständigem Denken angeleitet, insbesondere bei analytischen Fragestellungen. Dadurch werden sie Problemlösestrategien lernen und in gewisser Weise auch an die Naturwissenschaft herangeführt. Da sie in Teams arbeiten, entwickeln sie auch Sozialkompetenz. Ich kann das Knauer-Ausbildungssystem allen Schulen nur empfehlen.